Rundfunk Mit Blick aufs Gebäude? Nein, mit Blick zu mir. Der Höhepunkt des Gästees ist erreicht. Jetzt haben Sie das Haus auch noch drin. Was meinen Sie denn? Schau mal, was der für ein großes Ohr da vorne hat. Jetzt zeig's doch mal. Das ist ja eigentlich viel lieber so und so übergeben. Das ist doch viel gescheiter. Da kann ich freundlich schauen. Da krieg ich ja gar nicht auf dem Bild drauf. Ja. Okay? Ja. Er sagte, er hätte ihn gerne wieder. Sag ich, ja, ich kümmere dich. Den haben wir schon öfters vergeben, den Schlüssel. Ach so. Das ist ein Universalschlüssel. Das ist ein Fasspops. Das ist ein schnittische Universalschlüssel. Danke fürs Wunder. Schönen Fahrtag herkommen. Ja. Schönen Fahrtag heute. Fahre, bis auf. Holtschau an. Schönen Fahrtag. Dankeschön. Hallo. 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 Die wollten das Auto schlagen. Das ist ja eigentlich nicht einfach. Ja. 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 Jetzt bin ich fertig. Hallo. Das ist ja eigentlich nicht einfach. Ja. 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 Ruhm, 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 Ruhm. Ruhm, 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 Ruhm.